Sie lieben Märchen? Dann behalten Sie doch Ihre alte Verwaltersoftware. Leben Sie weiter hinter den sieben Kostenbergen bei den sieben Leistungszwergen. Beißen Sie in den sauren Apfel und verschlafen Sie im gläsernen Sarg die Zukunft. Aber wenn Sie nicht vom bösen Wolf überrascht werden wollen, dann steigen Sie jetzt in die sieben Meilenstiefel von ImmoWare24. ImmoWare24 kommt garantiert ohne Geißlein und Zwerge, dafür mit sieben märchenhaften Innovationen für die schlaue und effiziente Immobilienverwaltung. Innovation 1. Arbeiten Sie wann und wo Sie möchten. Mit ImmoWare24 benötigen Sie nicht mehr als einen Internetzugang. Innovation 2. Verwalten Sie Ihre Immobiliengeräte unabhängig, ob Apple, Windows, Tablet oder Smartphone. ImmoWare24 funktioniert auf jedem Gerät. Innovation 3. Sparen Sie sich die Kosten für eigene Hard- und Software, für Wartung, Updates und Reparaturen. Das übernehmen wir für Sie. Denn ImmoWare24 läuft in der Cloud. Innovation 4. Höchste Sicherheit und Verfügbarkeit in einem der modernsten Rechenzentren in Deutschland. Es wird an zwei verschiedenen Standorten betrieben und 24 Stunden von Wach- und Servicepersonal betreut. Innovation 5. Integriertes Online-Banking. Ob Kontoauszüge, Überweisungen oder Lastschriften. ImmoWare24 bietet Ihnen den direkten Zugriff auf Ihre Bankkonten. Innovation 6. ImmoWare24 verbucht automatisch Mieteingänge, Lastschriften und Überweisungen. Innovation 7. Integrierter E-Mail-Client. ImmoWare24 ordnet E-Mails automatisch Ihren Mietern, Dienstleistern und Handwerkern zu. ImmoWare24. Sieben Innovationen auf einen Streich. Melden Sie sich jetzt unter ImmoWare24.de an und testen Sie uns 30 Tage lang kostenlos. ImmoWare24. Lass Dir keine Märchen erzählen.